Beim Kennbell-ADL müsst ihr darauf achten, dass ihr im hüftbreiten Stand steht. Keep the power inside, dann schiebt ihr die Hüfte nach hinten und bewegt die Hantel kontrolliert in Richtung Boden. Oben Glute squeezen. Kontrolliert runter, oben Glute squeezen. That's it. Rücken immer gerade halten. Festmachen. Keep the power inside.